Schloss Herblingen auf dem Raiat bei Schaffhausen am Rhein hat eine Schlosstaverne. Dort fühlt der Gast sich wirklich Gast und sagt, hier bin ich gerne. Erhabene Gemütlichkeit strahlt diese Halle aus und von gediegenem Geschmack ist jeder Raum im Haus. Es fühlt des Kenners Herz beglückt, echt Schweizer Gastlichkeit und ist der Gegenwart entrückt in die Vergangenheit. Wir zeigen, wo in aller Welt dem Gaste Gutes widerfährt, wo er genießend sagen kann, das ist schon einen Asbach-Uralt wert. Im Asbach-Uralt ist der Geist des Weines.